Ich begrüße Sie sehr herzlich. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Regierungsrätin. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und ich freue mich einmal mehr, Sie im Namen der Universität Bern hier im Von Roll Areal zur IT-Beschaffungskonferenz 2024 begrüßen zu dürfen. Und immer grüßt das Murmeltier. Sie kennen diesen Film mit der Zeitschleife und so könnte man angesichts der 13. Durchführung dieses Anlasses wohl auch sagen, das ist dieselbe Jahreszeit, der Spätsommer mit seinen letzten richtig warmen Tagen. Wir werden das heute sehen. Derselbe Ort, nämlich in den Gebäuden der Universität Bern an der Fabrikstraße. Auch die Tatsache, dass ich Sie als Vertreter der Universität Bern hier begrüßen darf in diesem unserem größten Hörsaal ist gleich geblieben. Und doch erscheint uns das Thema keineswegs erschöpft, wie auch erneut die erfreuliche Teilnehmerzahl von rund 400 Personen signalisiert. Und das Motto, Sie haben es angeschrieben oder sehen es angeschrieben oder es hatten Sie angeschrieben, gesehen in diesem Jahr lautete die IT-Beschaffung 2.0, die Handbremse lösen. Es ist also seit einiger Zeit da. Das neue Beschaffungsrecht, das wir in dieser Veranstaltungsreihe über all die Jahre auf eine Art begleitet haben, hat sich damit nun die Handbremse gelöst? Können wir jetzt so richtig losfahren und Gas geben? Wir werden es vielleicht heute hören. Apropos angezogene Handbremse. Ich bin heute einmal mehr wieder mit dem E-Bike an die Uni gekommen, obwohl unser sportlicher Anlass, wo die Mitarbeitergesundheit gefördert wird, vorbei ist. Und von daher fällt mir auf, dass die Metapher angezogene Handbremse so aus einer Veloperspektive überhaupt nicht passen will. Denn Sie wissen das, beim Velo werden die Bremsen alle mit der Hand betätigt und es ist eigentlich ein Unding, mit angezogener Bremse losfahren zu wollen. Auf diese Idee käme dann überhaupt gar kein Mensch. Also habe ich mir gedacht, bei der Handbremse hat sich jemand im Programmkomitee wohl eher aus der Perspektive eines Autofahrenden das Ganze vorgestellt, woraus wir schließen können, dass ein durchschnittlicher IT-Beschaffer vielleicht doch eher ein Auto in der Garage hat. Fragt sich bloß, welches Modell. Und dies, obwohl wir seit Jahren einen Track nachhaltige Beschaffung im Programm haben, also für Diskussionen im Smalltalk ist jetzt reichlich gesorgt. Aber egal, ob Autofahrende, ÖV-Reisende, Velofahrende, Fußgänger, Sie sind heute da und das freut uns sehr. Mit Ihnen schaue ich erwartungsvoll auf eine spannende Veranstaltung und für alle weiteren Erläuterungen ergebe ich das Zepter einmal mehr an Matthias Stürmer. Auch das bleibt sich gleich, der Sie durch das Programm führen wird. Ja, vielen Dank Thomas für diese unterhaltsame Einleitung in den heutigen Tag. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier an der Uni Bern. Ich selber bin ja auch unterdessen an der Berner Fachhochschule tätig und deshalb ist das jetzt eine Kooperation zwischen Uni und BFH, was ja eigentlich gut passt für den Kanton Bern. Wir haben erneut ein spannendes Programm. Zuerst mal, wer ist da verantwortlich dazu? Das sind eben einerseits die zwei Hochschulen, andererseits die Bundesverwaltung, insbesondere der Bereich DTI mit Daniel Markwalder, dann die Digitale Verwaltung Schweiz und auch die Verbände CA Open und Swiss Eye City, die sind verantwortlich für das Programm. Und wir haben noch verschiedene Verbände, weitere Organisationen aus der Schweizerischen Verbandslandschaft, die da mitunter unterstützen in der Kommunikation. Ein paar organisatorische Hinweise noch am Anfang. Also Sie sehen, wir haben erneut sehr viele Teilnehmende, was uns natürlich sehr freut, aber eben führt manchmal auch in den Pausen beim WC, bei den Getränken zu einer Warteschlange. Aber das ist, nehmen wir es als Chance, oder? Das ist immer gut fürs Networking, da kann man neue Leute treffen lernen und dann über die Handbremsen der E-Bikes oder was auch immer diskutieren. Dann hinten auf dem Namensschild sehen Sie eins ein Wi-Fi-Code, wo Sie sich ein Uni-Login für das WLAN einloggen können. Und Sie haben noch ein QR-Code auf das Detail-Programm. Auf diesem Detail-Programm, genau, möglichst Handys ausschalten, dann nicht auf lautlos bitte. Und auf dem Detail-Programm sehen Sie dann auch, wo welche Referate in welchen Räumen stattfinden. Wir werden Fotos machen und auch einige der Referate filmen. Deshalb möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das, je nachdem, wenn Sie sich auch noch wörtlich äussern, dass das aufgezeichnet werden kann. Und, dass es auch schon gesagt ist, alle Folien und auch die Aufzeichnungen, die wir machen, werden in Kürze dann publiziert. Also Sie müssen da nicht allzu viele Notizen machen.